Um das Ganze nüchtern und bösartig zu sagen, dir hat in deinem Leben nichts mehr verloren. Das ist Geschichte. Ihr seid nicht mehr zusammen. Ihr seid kein Paar mehr. Du ziehst jetzt bitte weiter. Du konzentrierst dich jetzt auf dein Leben. Die Frau ist Vergangenheit. Das ist wie, wenn du mal einen schönen Freizeitpark besucht hast. Du bist Achterbahn gefahren, du bist Wasserrutsche, whatever, etc. Schöne Erinnerung, wenn du jetzt drei Jahre nicht mehr in diesem Vergnügungspark warst, dann hast du zwar diese Erinnerung, wie schön das war, du trauerst aber nicht jeden Tag drüber, dass du nicht mehr dort bist. Das ist nicht dein Leben. Grüß dich, ja klar. Wie ich immer so schön sage, deutsche Pünktlichkeit. Ja, doch, gerade schön zu Abend gegessen, jetzt relativ entspannt. Ein, zwei Gespräche noch und dann ist auch schon Feierabend. Nach dir kommt noch jemand direkt um zehn tatsächlich, ja. Ja, das geht. Ich nehme jetzt auf, ja, also ich habe jetzt hier mein Podcast-Mikrofon vor der Nase. Ich nehme es einfach mal auf. Vielleicht wird es ein Mitschnitt, genau, dann hast du nämlich auch was zum dir nochmal anhören, weil ich habe mir sagen lassen, dass tatsächlich viele, ich habe ja eine Zeit lang mal, ja, ausführliche Sprachnachrichten über Telegram angeboten und da war so das Feedback, die Leute hören sich das teilweise zehn, zwanzig Mal an und ja, ich kann es verstehen, ja, klar. Ja, das ist auch wirklich, ja, das sind so die klaren Worte, die ich damals gebraucht hätte, die ich in der Form nicht hatte und, weil ich sage es ja immer so gern, ich bin ja, ja, ich bin heute da oder andersrum gesagt, ich war da, wo die Leute, mit denen ich heute telefoniere, jetzt sind. Ich habe das ja alles durchgemacht. Ich habe diese ganzen Phasen, die ganzen Emotionen, die man da durchlebt und so weiter. Mag man sich nicht vorstellen, weil ich heute vielleicht sehr gefestigt wirke, aber das war früher, also als ich in diesen Situationen drin war, da war das natürlich ganz anders. Da war ich selber ein Häufchen Elend und mit dem Verstand, jenseits, fernab von jeglicher Rationalität. Deswegen, das ist ja tatsächlich ein wahnsinnig interessanter Aspekt, den du ansprichst. Ja, wenn man sich viel weiterentwickelt, wenn man viel, ja, sich mit sich selber befasst und auch wirklich in die Akzeptanz geht, wie, ja, ich sage mal, wie man selber ist, wie das Gegenüber war, wie Beziehungen heutzutage laufen. Ich will nicht sagen, dass es eine Beziehung unmöglich macht, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe gar keinen Bock drauf. Aber nicht in dem Sinne, dass ich jetzt sage, ich vermisse irgendwas oder ich will keine Beziehung, weil ich das schrecklich finde. Ganz im Gegenteil. Ich habe nur einfach wirklich dieses Bedürfnis nicht. Also du kannst es dir vorstellen, wie wenn du, keine Ahnung, du warst, ja, jahrzehntelang warst du süchtig nach Kaffee. Du konntest es dir nicht vorstellen, morgens keinen Kaffee zu trinken. Und dann irgendwann bist du darüber hinausgewachsen und du stehst morgens auf und du bist einfach so fit. Also quasi dir fehlt nichts. Es ist nicht das Gefühl, auf was zu verzichten, sondern es ist einfach so ein Gefühl von, ich brauche es nicht. Also es spielt keine Rolle in meinem Leben momentan. Und das ist, ja, das ist ein sehr erfüllendes Gefühl insofern, weil, ich sage mal, wenn wir in solchen toxischen Beziehungen waren, dann hat das ja häufig auch so den Hintergrund, dass wir irgendwo ein gewisses Bedürfnis hatten, dass wir potenziell im Gegenüber gesucht haben. Und das ist natürlich zum einen, ja, für eine Beziehung eine schlechte Basis, weil man ja damit auch unbewusst, auch wenn man das gar nicht will, ja eine gewisse Last dem anderen aufbürdet, der diese Last vielleicht auch gar nicht haben will oder gar nicht damit umgehen kann. Insbesondere, wenn wir es mit so, ja, ich sage mal, vermeidenden Bindungstypen zu tun haben, die, ja, die kommen damit ja gar nicht klar. Und das Problem ist ja auch immer, man macht sich abhängig vom Außen. Also du machst dich ja abhängig quasi von der Gunst einer anderen Person, was wieder dazu führt, dass du potenziell deine eigenen Grenzen und Werte verrätst oder nicht einhältst. Und das ist ja eigentlich so das Klassische schon in diesen toxischen Beziehungen. Wir sehen ja eigentlich, wir sehen wirklich, dass uns was nicht gefällt. Wir sehen die roten Flaggen der anderen Person. Wir sehen, ja, wir sehen einfach vieles, was uns nicht gefällt. Und wir scheißen komplett drauf. Wir machen es einfach trotzdem. Okay. Genau, das habe ich mir gerade gedacht, weil da hatte ich gestern einen interessanten Kommentar unter einem Video bei YouTube. Da hat einer geschrieben, dass seine Ex quasi nie küssen wollte. Also sie wollte nie wirklich küssen, aber sie hatte gar kein Problem, ihm einzublasen. Also, und da ist ja auch, ich meine, beim Job ist eine gewisse Distanz. Das ist nochmal was ganz anderes. Und tatsächlich, Sexualität ist für solche Menschen häufig gar nicht das, was es für, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, uns ist. Für mich ist Sexualität was sehr Intimes. Was Schönes, das will ich jetzt nicht mit jedem teilen. Klar hatte ich in meinem Leben auch schon kurzfristige Geschichten, reine Spaßgeschichten, wo jetzt nicht die Intimität da war. Aber in einer Beziehung, da will ich das schon in intensiver, intimer Form. Und die Sexualität ist bei solchen Menschen ja wirklich häufig wirklich völlig abgespalten von, wie soll man sagen, von der zwischenmenschlichen Interaktion. Das ist für die wie Kaffee trinken. Naja, klar. Naja, angeblich. Das widerspricht sich so ein bisschen, ja. Ja, das ist, dir wird da halt viel auch einfach gesagt, weil es gerade gut klingt. Gerade zum Beispiel sowas, ja, ich hatte ja schon jahrelang keinen Sex mehr oder ich hatte noch nie ungeschützten Sex, aber mit dir, das hat halt diesen Effekt, dass du auf den Podest gestellt wirst. Und wie fühlt man sich dann? Man fühlt sich natürlich als was Besonderes. Und das ist ja wieder das. Und nach so einer Beziehung, wenn man dann in der Aufarbeitung ist, stellt man sich die Frage, ja, war das alles nur Blödsinn? War das alles nur Geschwätz? Und das macht's ja eigentlich irgendwo, es bringt eine Klarheit, aber es macht's ja auch irgendwo nochmal schwieriger, weil es ist ja dann nicht nur die Trennung, die ja eh schon schmerzhaft genug ist. Es ist ja auch irgendwo dann wirklich diese, ja, diese Akzeptanz wirklich zu verinnerlichen. Das, was ich mir hier so schön geredet habe potenziell, das, was sich für mich so schön angefühlt hat, da war vieles, genau, das, was ich geglaubt habe, du sagst es, das war potenziell gar nicht wirklich in der Form echt, wie ich es wahrgenommen habe. Und du hast ja vorhin gerade schon gerade noch was Interessantes gesagt, von wegen, du hast da einiges übersehen und du wolltest einiges nicht hören. Da hast du nochmal irgendwas gesagt, ich hab's jetzt gerade leider vergessen, wo du gesagt hast, da dachtest du, also da war irgendwas von wegen, wo du, ja genau. Und das haben wir ja wirklich häufig, gerade in solchen Dynamiken, dass eben diese so völlig normale Dinge, wo du sagst, hey, ja, ich meine, da muss ich sagen, an der Stelle hast du alles richtig gemacht. Du hast gesagt oder für dich beschlossen, hey, ich will hier nicht in einer Freundschaft landen, deswegen küsse ich die Frau. Absolut richtig. 100 Punkte an der Stelle. Aber wenn dann so eine komische Aussage kommt, das macht ja was mit dir. Du denkst drüber nach. Und da fängt es schon an, du denkst über Dinge nach, über die du dir bisher einfach nie Gedanken gemacht hast. Ich hab mir auch ein paar Sachen notiert. Ja, wir können erstmal die Dinge durchgehen, die ich mir notiert habe aus der E-Mail. Wir können das kurz schnell runterrattern, dass wir noch ein bisschen Zeit haben zum freien Reden. Die Umzugskisten. Du hast ja dieses Thema mit den Umzugskisten. Das habe ich mir durchgelesen. Es gibt aus meiner Sicht zwei Schrägstrich drei Optionen. Entweder sie hat wirklich Schlaf gewandelt. Also sie hat Schlaf gewandelt, weil sie scheint ja auch ein bisschen, ja, ein bisschen irre zu sein, ein bisschen neben der Spur. Ja, vielleicht auch so ein bisschen in die spirituelle Richtung möglich. Also entweder Schlaf gewandelt, das wäre noch der natürlichste Grund. Oder absichtlich Drama provoziert. Was nicht ganz untypisch wäre, weil ich sag mal, solche Personen, jetzt egal aus welchem Cluster-Spektrum die jetzt kommen, da ist Drama produzieren natürlich immer, ja, das Mittel der Wahl, um Aufmerksamkeit zu erregen und um auch einfach, ja, gewisse Situationen herbeizuführen, die potenziell von was anderem ablenken sollen oder die Dynamik in die Beziehung reinbringen sollen oder die dich einfach mit einem riesengroßen Fragezeichen im Kopf hinterlassen sollen. Also das wäre Möglichkeit zwei, absichtlich Drama provoziert. Das dritte, was ich mir vorstellen könnte, wenn sie wirklich, ich sag mal, in die Richtung psychische Krankheit gehen würde, dass es ihrerseits vielleicht eine Dissonanz war. Also dass sie das gemacht hat, aber nicht in dem Sinne wahrgenommen hat. Also wenn sie wirklich in die, du hast ja schon angesprochen, so ein bisschen in die schizophrene Richtung, wäre möglich, ich will es jetzt nicht behaupten, aber es wäre möglich, dass sie da vielleicht eine gewisse Dissonanz hatte, das gemacht hat, aber gar nicht, ja, in der Form wahrgenommen. Das hat man zum Beispiel häufig bei, ja, ich sag mal, stark narzisstischen Personen, da ist es auch so, die gehen fremd. Die függeln wirklich mit jemand anderem, sind aber in diesem Moment so abgespalten von der anderen, ja, ich sag mal, von der Realität, von dem anderen Teil ihrer Persönlichkeit potenziell, dass sie das dann wirklich so in sich abspeichern, wie wenn das nicht passiert wäre. Und dann haben die auch wirklich die Überzeugung, das ist nicht passiert. Und wenn sie dir dann ins Gesicht sagen, nein, ich bin nicht fremdgegangen, dann tun sie das auch, dann lügen sie dich eigentlich in dem Sinne gar nicht an, weil sie selber der Überzeugung sind, dass es nicht stimmt. Mhm. Ja, tatsächlich, das haben wir ja häufig tatsächlich, dass wirklich Situationen herbeigeführt werden, einfach häufig auch nur mit dem Ziel, dass genau das passiert, was du gerade sagst. Du fragst dich, was war das? Und das Problem ist, ich verstehe das, wie du sagst, du wärst gern Mäuschen, würdest gern alles rausfinden. Wenn du so viele Situationen hast, wo dein Bauchgefühl anschlägt, wo dein Bauchgefühl sagt, hey, hier irgendwas stimmt hier nicht, ich will's rausfinden, du wirst regelrecht zum Beziehungsdetektiv. Aber da habe ich inzwischen, also das habe ich für mich gelernt, das Bauchgefühl, das sagt dir eigentlich, was Sache ist. Wir Menschen, wir haben Sinne, die über das physisch sichtbar Greifbare hinausgehen, bin ich fest davon überzeugt. Und wir wissen, wir wissen einfach, wenn irgendetwas nicht stimmt. Und das Bauchgefühl, das sagt uns das eigentlich. Das wäre jetzt auch der nächste Punkt. Kann auch wieder sein, Dramageschichten produzieren, also wirklich einfach Geschichten erfinden, die irgendwie dramatisch klingen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Es kann Projektion sein, also wirklich, wie du ja auch schon vermutet hast, dass sie vielleicht irgendwie Affären hatte. Und da könnte man sich vorstellen, dass sie das erzählt hat, um vielleicht deine Reaktion zu sehen. Also wie reagiert denn dieser Mann, wie reagiert der denn, wenn ich von dem Thema Affären erzähle? So wird ja gern mal abgeklappert. Ich hatte das auch schon mal in einem anderen Gespräch, habe ich sogar, glaube ich, mal in einem Coaching-Mitschnitt erwähnt, wo der Mann quasi mit der Geschichte konfrontiert wurde, wo die Frau gesagt hat, ja, mein Ex, der wollte immer mit mir in den Swinger-Club. Es hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass sie eigentlich diejenige ist, die immer in den Swinger-Club ging. Aber sie hat das natürlich, weil sie ja, ja, sie will ja nicht irgendwie so overt klingen. Sie will das ja so ein bisschen fühlen, rauspicken, wie reagiert mein Gegenüber? Und da wird sowas gern verwendet. Also könnte sein. Was mich interessieren würde, wenn ich da direkt zum nächsten Punkt springe, wieso hat die zwei Handys? Man hätte da immer gerne vollen Zugriff auf das Handy. Das könnte ich mir gut vorstellen. Das erinnert mich auch ein bisschen an die Situation, dass du ja gesagt hast, dass sie dir dann die Polizei auf den Hals gehackt hat, von wegen Stalking. Also ich meine, wenn ich da jetzt so die Parallelen ziehe, dann kannst du dir eigentlich selber, ja, erklären, wie viel da wahres dran war. Weil ich meine, dir hat sie Stalking vorgeworfen, Polizei gerufen, etc., obwohl das überhaupt nicht stimmte. Und, also, könnte ich mir gut vorstellen, dass das bei diesem Fall auch so war. Mhm. Das ist ja, da gibt sie ja in gewisser Weise eigentlich schon zu, dass sie, ja, zu diesen Mitteln greift. Also dir Dinge erzählen, was du vielleicht hören willst. Also häufig ist dieser toxische, böse, böse Ex-Mann oder generell der Ex einfach nur genau so ein, in Anführungsstrichen, Opfer, wie wir es dann sind, weil es einfach auch ein völlig liebevoller Mann war, der eigentlich nur was Gutes wollte. Mhm. Also wenn ich jetzt an klassisch Borderline-Frauen denke, ist es im normalen Spektrum. Bei Narzisstinnen würde ich sagen, nee, eher nicht. Die sind schon eher, ja, ich sag mal geradlinig. Die schauen schon, dass ihre Maske gerade sauber ist. Aber Borderline, das ist ja, das habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, das geht für mich schon eher so in diese Richtung. Weil da sind wirklich diese Dramen, diese übertriebenen Geschichten. Wie zum Beispiel, ah, mein Ex-Mann, der hat mir K.O.-Tropfen in den Drink getan. Und ich habe mich da bei *** so abgeschossen, dass, keine Ahnung, ich ins Krankenhaus muss. Also wirklich so Geschichten. Da ist oft ein wahrer Kern dran. Also so 10-20 Prozent, kann ich sagen, sind da sicher passiert. Aber der Rest ist einfach nur frei dazu erfunden, weil es einfach aufgebauscht werden muss. Also du musst verstehen, Drama, wenn wir jetzt wirklich von Borderline ausgehen, Drama ist pure Zufuhr. Das ist wie, keine Ahnung, Breaking News, Schlagzeile in den Abendnachrichten und so weiter. Und so fühlen die sich dann. Das brauchen die. Das heißt, ich sag mal als Beispiel, wenn ich jetzt in die Arbeit fahre und unterwegs bin, ich eine Mother ausgewichen. Und das erzähle ich meinem Kollegen, wenn ich in der Firma ankomme. Dann würde ich ihm das genau so erzählen und würde vielleicht noch dazu sagen, so, boah, stell dir mal vor, da wäre was passiert. Da ging mir ganz schön der Arsch auf Grundeis, etc. Fertig. Wenn eine Borderlinerin so eine Geschichte, dann würde die das ausschmücken, dass sie ja den Randstein getroffen hat und der Reifen jetzt bestimmt kaputt ist und dann ist ja auch noch alles im Kofferraum. Dann sind die Getränke im Kofferraum ausgelaufen. Jetzt ist bestimmt das ganze Auto kaputt und was weiß ich. Also einfach nur als plakatives Beispiel. Es wird ausgeschmückt bis zum geht nicht mehr, damit es möglichst dramatisch klingt. Dabei, also wie man so schön sagt, aus einer Maus ein Elefant machen. Das können die wahnsinnig gut. Und das klingt bei ihr, also ich will ihr nicht unterstellen, dass sie lügt, aber das klingt bei ihr schon wirklich sehr stark danach. Ja, so völlige Selbstzweifel. Das ist ja häufig, dass die denken dann auch häufig, dass hinter ihrem Rücken über sie geredet wird oder dass jeder sie anschauen, beurteilen würde. Also das habe ich auch schon häufig erlebt, dass da wirklich, ja wie du sagst, eine richtige Paranoia. Das ist aber wirklich, das sind Themen, die hängen da so tief drin, dass da kann wirklich nur ein Therapeut helfen. Und da sind wir auch schon bei einem ganz entscheidenden Punkt, der ja uns alle samt immer wieder in solchen Beziehungen eben trifft. Man will ja irgendwie was machen. Das ist ja, man hat ja das, ja und das ist, ich glaube das Schwerste, was man sich als gutmütiger, herzensguter Mensch, der vielleicht auch so ein kleines Retterthema hat, das Schwerste, was man sich da eingestehen kann, ist wirklich, dass man da komplett machtlos ist. Dass man überhaupt nichts tun kann. Dieses Verändern wollen, dieses Retten wollen, das führt nur dazu, dass es dem anderen kein bisschen besser geht, weil du hast gar nicht die Mittel, du hast gar nicht die Ausbildung, die Gabe, die notwendigen Mechanismen etc., die wirklich notwendig wären. Das kommt noch hinzu. Du kannst da nur von außen helfen, so wie ich quasi jetzt meinen Klienten von außen helfe und die Ratschläge gebe, die ich damals selber nicht im Kopf hatte, weil ich nicht rational denken konnte, beispielsweise. Und so ist es da. Du kannst da faktisch überhaupt gar nicht helfen. Du kannst natürlich sagen, hey, ich möchte dich unterstützen auf dem Weg. Ich helfe dir, ich stehe dir bei, wenn du eine Therapie machst, aber die Therapie durchführen. A, das sollte niemals der Beziehungspartner machen, weil du bist Beziehungspartner und nicht Therapeut. Das sind zwei völlig andere Parts, also völlig andere Bereiche. Und das Schlimmere daran ist ja noch, man geht selber eigentlich dran kaputt. Also du gehst selber vor die Hunde und deinem Gegenüber hilft es kein Stückchen weiter. Und im Zweifelsfall wird im Nachhinein noch erzählt, ja, der hat ja irgendwie immer versucht, der hat immer gesagt, ich soll Therapie machen. Und dann würden potenziell die Freundinnen noch sagen, ja, was ist denn das für ein Spinner? Etc. Also faktisch, du kommst, wenn du versuchst, deinen Beziehungspartner zu retten, du kommst einfach nur schlecht raus. Egal was, du kommst einfach, ja, du kommst echt schlecht davon weg. Das hat ihr Vater gemeint. Ja, das will man auch nicht hören. Ja klar, du vergleichst dich selber damit. Du denkst ja, Mann, klar, wir denken konkurrenzmäßig. Wenn ein anderer Mann das sechs Stunden geschafft hat, scheiße, wenn ich hier nach einer halben Stunde mal K.O. bin, weil ich, keine Ahnung, irgendwie war stressiger Tag oder sonst was, dann fühlst du dich gleich schlecht. Genau, du fühlst dich automatisch herabgesetzt. Diese Aussage da, wo der Vater gebracht hat, hat sie dir das erzählt oder warst du dabei, als der Vater das gesagt hat? Okay, okay, das könnte halt auch wieder sein Projektion. Insofern, ja, ja, mein Vater hat das gesagt, um quasi nicht zuzugeben, dass es eigentlich ihre Idee war. Also ich spinne das nur mal ein bisschen weiter. Vielleicht war es einfach ihre Idee, ihre, vielleicht auch in gewisser Weise ihr Überlebensmechanismus, ärmliche Verhältnisse. Sie hat auf diese Art gelernt, vielleicht im Leben durchzukommen. hat das vielleicht auch gemacht, hat sich vielleicht gegen Sex entweder bezahlen lassen oder halt gratis Wohnraum bekommen. Muss man ganz ehrlich sagen, ist nicht so untypisch. Das machen tatsächlich leider Gottes viele Studentinnen heutzutage. Es gibt in Großbritannien gibt es sogar, glaube ich, schon Kurse, wie Studentinnen sich prostituieren können. Also völlig kranke Welt. Und also ich könnte es mir vorstellen, dass sie das so gesagt hat, dass, ja, mein Vater hat gesagt, nimm doch Geld dafür. Weil dann kann man ja wieder bei dir schauen, wie reagierst du auf diese Aussage? Und sie muss sich gleichzeitig in Anführungsstrichen nicht schmutzig machen, weil wenn du sagst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein, mach das nie im Leben, dann kann sie immer noch zurückrudern und sagen, ja, nee, hab ich ja nicht gemacht. Aber ich vermute, vieles ging in diese Richtung. Testen, wie deine Reaktion ist. Weil sie, das würde ich stark vermuten, auch sehr unsicher in ihrer Persönlichkeit ist. Ich könnte mir vorstellen, also zum einen könnte ich mir vorstellen, dass sie in gewisser Weise schon weiß, dass sie nicht einfach ist. Also, dass sie gewisse Anteile hat, die einfach schwierig zu handeln sind in einer Beziehung. Vielleicht weiß sie auch sehr genau, dass sie eben vieles dir gesagt hat, was gar nicht in der Form stimmt. Beispielsweise, der Vater hätte ihr diese Idee vorgeschlagen. Dabei hat sie sowas vielleicht in der Vergangenheit gemacht. Gleichzeitig weiß sie vielleicht auch, dass das nicht in Ordnung ist und dass du darunter leidest. Und sie fühlt sich, das kann gut sein, muss aber nicht, sie fühlt sich dann irgendwo schlecht und hat für sich das Gefühl, dich nicht verdient zu haben, weil du eben, jetzt mal ganz klassisch, du bist ein Mann, der will Beziehung, der will eine loyale und treue, monogame Beziehung, würde ich mir jetzt mal vorstellen. Der will mit sowas wie Prostitution und Fremdgehen und Sex, Stunden Sex und bla bla, will dann nichts am Hut haben. Und sie hat halt vielleicht diese Erfahrung in der Vergangenheit gemacht, aufgrund was auch immer. Und sie fühlt sich deswegen dir gegenüber schlecht, weil sie einfach vielleicht merkt, okay, dieser Mann, der hat hier wirklich Gefühle, der will was Festes, der will was Stabiles. Ich bin gar nicht die Frau, die ihm das bieten kann. Also das könnte ich mir vorstellen. Das haben wir, muss man wieder sagen, bei Borderline recht häufig. So diese Selbsterkenntnis, dass man eigentlich nichts wert ist. Was schade ist, weil häufig wären diese Frauen sehr viel wert, wenn sie sich diesen Wert nicht zerstören würden durch genau solche Aktionen oder eben dann halt auch, ja, ich sag mal, sich in schlechte Beziehungen begeben und dort ihren Selbstwert erst recht ruinieren. Da wären wir beim Thema selbstverletzendes Verhalten. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie in gewisser Weise dich da schützen wollte. Das wäre nicht ganz untypisch. In der Form könnte man sagen, würde sie auch auf jeden Fall eigentlich aus dem Narzissmus-Spektrum rausfallen, weil da wäre es ihr faktisch scheißegal, wie es dir geht. Habe ich jetzt bei ihr nicht so das Gefühl. Ich glaube schon, dass sie gemerkt hat, dass, ja, du leidest potenziell. Okay, also sie hatte wahrscheinlich schon eine gewisse Reflexionsfähigkeit und weiß einfach, dass sie schwierig ist. Also so ganz pauschal Vogelperspektive, diese Frau ist absolut nichts für eine Beziehung. Es ist traurig, glaube ich dir sofort, aber diese Frau ist nichts für eine Beziehung. Sie wäre bestimmt eine super Frau und jetzt kommt der Krux an der Geschichte, wäre, wenn sie nicht diese Problematiken mitbringen würde. Wenn sie diese Problematiken nicht mitbringen würde, dann wäre sie aber auch eine ganz andere Frau und dann wäre dein Gefühl für sie potenziell ein ganz anderes. Denn warum du auf sie so stehst, hat ja auch wieder Gründe, die da tief in dir verankert sind. Und darauf hat sie natürlich keinen Einfluss. Sie konnte da nur eben gut bei dir andocken. Ich glaube schon, dass sie, ja, auch, das ist ja auch eine Frage, die du hattest, dass sie in gewisser Weise das schade findet, dass sie das bedauert. Ja, glaube ich schon. Die Frage ist halt nur, ich könnte mir bei ihr vorstellen, dass bei ihr eine gewisse Resignation da, also es klingt fast ein bisschen so, wie wenn sie da schon eine gewisse Resignation hätte. Weil du hast ja gerade gesagt, so mit dem Umarmt, ach, ist es schon soweit? Könnte man jetzt natürlich sagen, ja, klingt danach, als hätte sie da eine riesen Schadenfreude dran. Das kann auch ein Anteil sein, aber es klingt für mich fast ein bisschen wie, wie so diese, diese Resignation einfach so von wegen, ach, okay, ist beim nächsten Mann schon wieder soweit. Es hat niemand gesagt, dass du verstehen musst, was sie tut. Also nicht alles, was diese Frau tut, ergibt Sinn. Ich glaube, vieles ergibt überhaupt keinen Sinn. Das wäre ja auch wieder diese Widersprüchlichkeit, gerade Richtung Borderline. Ich könnte mir vorstellen, ist jetzt einfach nur ins Blaue geschossen, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie deine Reaktion nicht erwartet hätte. Dass sie es vielleicht kannte, dass die Männer dann völlig ausrasten und völlig ihr hinterherrennen und sie mit Liebesbotschaften und Betteleien überschütten. Und bei deiner Reaktion war ja zum einen vollkommen richtig, also an der Stelle ein Kompliment, weil das war absolut richtig. Ich glaube, dass sie damit vielleicht nicht klarkam, weil sie vielleicht irgendwo gedacht und gehofft hat, dass du um sie kämpfst wie ein, keine Ahnung, getretenes Hündchen. Weil das gibt ja Aufmerksamkeit. Ja, das ist doch saugut. Also das ist doch saugut, dass du trotz dieser emotionalen Schwierigkeit in der Situation, wo du da warst, eigentlich noch einen sehr guten Gedanken gefasst hast und gesagt hast, hey, ich will nicht so enden wie die Ex-Partner. Weil du wahrscheinlich tief in dir drin einfach schon gemerkt hast, hey, wenn ich hier weitermache, wenn ich mit dieser Frau, wenn ich das nicht irgendwie beende, dann wird es mir richtig scheiße gehen. Dann wird es mir richtig auf die Füße fallen. Und das bedeutet ja aber im Umkehrschluss, wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Analyse reingehen, das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass du dir sehr, sehr wohl darüber im Klaren bist, dass diese Frau überhaupt gar nichts für das ist, was du eigentlich mit ihr haben wolltest. Das klingt, klingt, klingt böse und ich meine, da sind wir jetzt bei der Schwierigkeit rationales Denken versus Gefühle, also Kopf gegen Herz. Rational ist dir das alles klar und ich glaube, rational weißt du auch, dass in deinem Lebenskonzept eine Frau, die sich potenziell, ich will es nicht unterstellen, aber die sich potenziell vielleicht mal für Wohnraum etc. prostituiert hat oder vielleicht auch mal für was anderes, man weiß es nicht. Das muss man halt auch wollen. Und wenn man das will, wenn man das akzeptiert als Mann, dann muss man da auch zu 100% dahinter stehen, sonst frisst dich das mit der Zeit auf. Und da ist es dann wirklich besser, kompletten Cut zu ziehen und ja, wie man so schön sagt, in den sauren Apfel zu beißen und lieber ein paar Monate light, aber dafür eine Partnerin suchen und finden, die wirklich passt und nicht eine, die wirklich extrem viele Probleme und Dramen in die Beziehung oder in dein Leben generell bringt. Ja, aber ich meine, das ist ja allein schon mal ein super Beweis. Also wenn jetzt irgendwie du eine Stalking-Anzeige bekommen würdest, dann hättest du jetzt zum Beispiel ja hier potenziell, also man könnte das bestimmt dann irgendwie nachvollziehen, dass du einen Brief, der für sie kam, einfach dann in die Post wieder mit der richtigen Adresse. Weil wenn du dann bei ihr auftauchst, könnte man es wieder anders auslegen. Also du machst wirklich vieles richtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Das glaube ich. Ich habe mir monatelang halt wirklich die ganzen Situationen bis ins Detail auseinandergepflügt. Ich saß teilweise Samstagabends. Ich bin wochenlang, bin ich teilweise nicht rausgegangen, also außer halt zur Arbeit, Einkaufen etc. Habe interessante Abende mit Kumpels sausen lassen etc. Ich habe viel wirklich nur mit Zeit mit mir verbracht, um da wirklich in die Aufarbeitung zu gehen. Das war eine sehr einsame Zeit. Das war eine sehr traurige Zeit. Aber im Nachhinein betrachtet, muss ich sagen, war es eine sehr wertvolle Zeit, weil ich wirklich in dieser Zeit die ganzen komischen Situationen aufgeschrieben habe. Ich habe beispielsweise, wie du jetzt sagst, nehmen wir mal als Beispiel diese Situation mit dem, was ihr Vater da ihr vorgeschlagen hat. Du nimmst sowas, du tippst es in deinem Laptop, du schreibst es auf, je nachdem, wie es dir beliebt. Und dann gehst du einfach mal, du schreibst einfach mal deine gesamten Gedanken runter. Das habe ich sehr viel gemacht. Wirklich expressives Schreiben nennt sich das auch. Kannst auch googeln, gibt es auch ganz tolle Anleitungen. Wirklich einfach aufschreiben. Wie geht es mir? Was kommt mir in den Sinn? Was denke ich alles? Und der Vorteil dessen ist, dass dadurch, dass du es niederschreibst, entwickelt sich dadurch ein klares Bild. Und es kann sein, du schreibst zwei Seiten über nur einen Satz, den sie gesagt hat. Und zum einen, du bist diese ganze Scheiße, die in deinem Kopf ist, mal los. Du hast es auf Papier gebracht. Und zum anderen kann dein Gehirn dadurch neue Verknüpfungen formen. Das heißt, dir kommen dann vielleicht selber Gedanken, wie zum Beispiel, Moment, diese Aussage hängt irgendwie zusammen mit der Aussage, die sie an einem anderen Tag zusammen mir gegenüber gebracht hat. Und also, was ich sagen will, dir fallen dann Muster auf. Du kannst Verknüpfungen ziehen und viele Situationen, wo du jetzt vielleicht denkst, und da werden, brauche ich dir nicht sagen, da werden viele Dinge in deinem Kopf sein, wo du denkst so, what the fuck? Ich verstehe es nicht. Und dann langsam verstehst du das. Also da habe ich wirklich viel Zeit mit verbracht und das hat mich auch in gewisser Weise davon abgebracht, irgendwie dummen Scheiß zu machen, wie einfach ihr zu schreiben, nachts um drei, weil ich sie vermisse. Klar habe ich sie vermisst wie Sau, aber ich habe wirklich gezielt alles getan, um wegzukommen. Das ist wirklich scheiße. Ja, also kann ich dir nicht sagen, da kann man wirklich nur spekulieren. Es könnte schon sein, dass da irgendein größerer Plan dahinter steckt, dass sie dich kontrollieren will, dass sie vielleicht auch paradoxerweise in deiner Nähe sein will. Man weiß es nicht. Es ist letztendlich eigentlich auch fast schon egal, weil sie sollte in der Form überhaupt keine Rolle mehr in deinem Leben spielen. Deine Aufgabe ist es jetzt eigentlich eher zu schauen, wie gehe ich ihr gezielt aus dem Weg, bis sie mir komplett egal ist. Das ist so eine Glaskugelfrage. Also ich will dir keine Hoffnung machen, aber in 99 Prozent der Fälle melden die sich irgendwann wieder. Das muss nicht unbedingt sein, dass sie dann gleich so, hey von wegen, hey ich habe an dich gedacht, willst du wieder eine Beziehung? So nicht, aber die wird sich garantiert wieder irgendwann melden oder es Gespräch suchen und dann irgendwie potenziell so indirekt direkt so, hey erinnerst du dich noch, als wir dort und dort essen waren, wie hieß denn das Restaurant nochmal? Und dann denkst du so, oh geil, sie denkt an mich. Und dabei ist die Frage einfach nur quasi um irgendwie ein Gespräch mit dir zu triggern. Ja, aber das ist vielleicht auch das einfach, was sie kennt. Also wenn du sagst, so in der Vergangenheit häufig bei irgendwelchen Männern gewohnt, vielleicht hat sie gewisse Männer einfach auch so als Dienstleister abgespeichert, weil sie das so kennt. Wäre eine Idee. Äh, nee. Tut mir leid, aber nee. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Also ja, sie wird vielleicht in gewisser Weise irgendwann mal aufwachen und feststellen, hey, vielleicht liegt das ja irgendwie an mir. Ich meine, unterschwellig wird sie es vielleicht wissen, aber sie braucht wirklich einen sehr, 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 sehr starken Drang, extrem an sich zu arbeiten. Und der muss erstmal ausgelöst werden. Es kann sein, ich will da jetzt gar nicht die Hoffnung machen. Es kann sein, dass sie jetzt vielleicht merkt, okay, hey, ich habe den verloren. Eigentlich hätte ich den gern gehabt und irgendwie habe ich es verkackt. Ich glaube, ich gucke jetzt wirklich mal, dass ich Therapie mache und dann macht sie zwei, drei Jahre Therapie und dann wird es vielleicht besser. Also ein wenig besser. Die Frage ist, also ich würde dir nicht empfehlen, so lange zu warten und dein Leben so lange auf Stillstand zu setzen. Also ich kann es insofern kurz abkürzen. Ich glaube nicht, dass sie sich in der Form ändern wird, wie du es gerne hättest. Weil du willst doch eigentlich was ganz anderes. Du willst doch eigentlich eine monogame Beziehung mit einer treuen Frau, die nicht vielleicht schon 500 Geschlechtspartner hatte. Man weiß es nicht. Das willst du ja nicht. Ja, genau. Das kann gut sein. Also das kann gut sein. Also interessant, was du da ansprichst, dieses Thema von wegen, da war eine Frau, die auf Zusammenziehen gedrängt hat, die total auf dich stand und da bist du in den Rückzug gegangen. Natürlich hat sie, also deine jetzige Ex, das komplette Gegenteil bewirkt. Da musste bei dir ja überhaupt diese Angst gar nicht entstehen, weil du ja die ganze Zeit im Verfolgermodus warst. Ja. Also ich würde dir empfehlen, dir mal das Buch, warum wir uns immer in den Falschen verlieben, zu kaufen. Das Buch ist, das Buch ist richtig geil. Okay. Also das hat man ja das letzte Mal schon. Innere Kindarbeit, genau. Ja. Such dir eine Mission im Leben. Ja. Ich verstehe dich vollkommen. Aber das Wichtigste ist, such dir eine Mission, eine Aufgabe, irgendwas im Leben, was dich davon wegbringt und was optimalerweise nichts mit Frauen zu tun hat. Also für mich war es damals auch sehr hilfreich, diesen YouTube-Kanal aufzubauen, weil der hat mich halt auch davon abgebracht, mich zu sehr mit dem Thema zu befassen oder eben mit dieser Frau. Heute bewirkt es natürlich, dass ich durch diese Thematik immer wieder dran denke, aber es hat mich in gewisser Weise auch davon weggebracht, weil ich hatte eine Aufgabe. Ich hatte eine Aufgabe, ich bin nicht heimgekommen nach Feierabend und habe gesagt, hey, jetzt setze ich mich aufs Sofa und sinier drüber, wie sehr ich meine Ex vermisse, sondern ich hatte eine Mission. Und das ist wirklich wahnsinnig wichtig. Also gerade für uns Männer. Ja, öfter. Nö, also ich habe ein Jahr, glaube ich, gar nichts von ihr gehört und dann irgendwann hat sie sich mal mit was völlig Belanglosem gemeldet und ich habe damals, das war sauschwer, muss man ganz ehrlich sagen, ich habe vollkommen neutral reagiert. Also wie, das ist ja auch das, was ich immer empfehle, behandle die Ex, wie wenn es deine Postbotin wäre. Wenn du sie irgendwo triffst, dann grüß sie freundlich, aber das war's auch. Also nicht abweisend, aber auch nicht zu freudig. Wirklich einfach sehr neutral. Und das ist, da sind wir wieder bei dem, was du vorhin schon gesagt hast, das ist saumäßig schwer, weil du handelst komplett gegen dein Herz. Du handelst wirklich nur rein rational, weil du weißt, du musst da weg. Das ist halt wie, wenn du drogensüchtig warst und dir legt jemand eine Laien Koks vor die Nase. Du weißt genau, hey, ich würde mir das jetzt gerne reinziehen, weil dann bin ich wieder total high. Und dein rationaler Verstand sagt aber, Alter, mach weg die Scheiße. Wut ist auch erlaubt, ja. Ja klar, und dir ging es wahrscheinlich auch einfach darum, einfach irgendwas von ihr zu hören. Egal, selbst wenn sie dir nur einen Scheißhaufen Smiley geschickt hätte, hättest du dich wahrscheinlich auch gefreut. Ja, das verstehe ich vollkommen. Aber, um das Ganze nüchtern und bösartig zu sagen, dir hat in deinem Leben nichts mehr verloren. Das ist Geschichte. Ihr seid nicht mehr zusammen. Ihr seid keine, ihr seid kein Paar mehr. Du ziehst jetzt bitte weiter. Du konzentrierst dich jetzt auf dein Leben. Die Frau ist Vergangenheit. Das ist wie, wenn du mal einen schönen Freizeitpark besucht hast. Du bist Achterbahn gefahren, du bist Wasserrutsche, whatever, etc. Schöne Erinnerung. Du hast dir aber irgendwann das Knie angeschlagen, hat dich aber nicht davon abgebracht, trotzdem nochmal Achterbahn zu fahren. Was ich sagen will, es ist eine Erinnerung. Wenn du jetzt drei Jahre nicht mehr in diesem Vergnügungspark warst, dann hast du zwar diese Erinnerung, wie schön das war, du trauerst aber nicht jeden Tag drüber, dass du nicht mehr dort bist. Weil das ist nicht dein Leben. Dein Leben ist nicht dieser Vergnügungspark, diese Aufregung, diese Achterbahn, die diese Frau dir beschert hat. Dein Leben sollte im Optimalfall aus dem bestehen, was dir entspricht und was dir wirklich Spaß bereitet. Du brauchst kein solches Drama. Also hoffe ich. Verstehe ich vollkommen, aber das kannst du nicht ändern und tu dir einen Gefallen und schlag dir diese Disney-Scheiße aus dem Kopf. Weil das ist nicht die Realität. Also ja, man lernt es in Disney-Filmen und dann trällert man mit Rosen in der Hand ein Lied vorm Balkon der Angebeteten und dann ist man irgendwann, ist man doch glücklich und sie ändert sich und plötzlich sind beide happy. Das ist nicht die Realität. Das ist wie wenn du dir einen Science-Fiction-Film anguckst. Das ist auch nicht die Realität. Es ist einfach nur ein Film, hat mit der Realität nichts zu tun. Es ist Unterhaltung. Es soll die Leute natürlich unterhalten und Emotionen triggern. Das ist die Aufgabe von Filmen. Das hat mit der Realität nichts zu tun. Wenn du dir irgendwie einen Raumschiff-Film, keine Ahnung, whatever, Star Trek anguckst, dann weißt du auch, das ist nicht die Realität. Es kann alles Mögliche sein. Da kann ich dir tatsächlich auch keine Antwort drauf geben. Da stochert man wirklich komplett im Dunkeln, was es sein könnte. Das Problem ist eher, dass es dich beschäftigt. Es sollte dich eigentlich gar nicht jucken. Das, was ich dir noch mitgeben kann, wir müssen gleich Schluss machen. Scheiße sehe ich gerade. Versuche zu verinnerlichen, dass diese Frau anders funktioniert wie du. Die denkt anders, die fühlt anders, die handelt und agiert anders. Es wird dir niemals möglich sein, zu verstehen, was ihre Handlungen in aller Tiefe bedeuten. Wirklich. Teilweise hat es auch gar keine Bedeutung. Es kann auch sein, dass es einfach nur war, sie hat in gewisser Weise eine Lehre in ihrem Leben. Weil ja, du hast natürlich ihr Leben auch irgendwo bereichert, ganz klar. Und jetzt ist da eine Lehre und die muss irgendwie gefüllt werden. Und das kann man auch mit Drama. Das kann ich dir nur sagen. Wir müssen leider echt Schluss machen. Ich muss den Nächsten anrufen. Sehr, sehr gerne. Das freut mich. Danke, danke. Das freut mich. Also ich kann dir auch nur sagen, dir vielen Dank für dein Vertrauen, für deine Offenheit. Und ich habe das Gefühl, du bist wirklich ein herzensguter Kerl und du solltest wirklich deine Zeit nicht mit solchen Frauen, wie, ja, das klingt böse, aber vergeuden. Wirklich. Achte auf dich, achte auf deine Werte und schau, dass dein Gegenüber das auch tut und dein Leben bereichert und nicht erschwert. Richtig. Alles Gute wünsche ich dir. Mach's gut. Wirklich. Hallo.